Sam, die Reise ist beendet. Es ist vorbei. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Ich dachte, du wärst tot. Aber ich habe mir auch gedacht, dass ich tot war. Wir hatten alles, was schief ging, jetzt wieder gut. Das ist wieder weg geschehen. Ein mächtiger Schwanden ist verschwunden heute. Und wer kann natürlich so spartgegangen zu machen? Der Glanz seines Tages noch in die Sieg. Ein Gacken! Und so kehrten die wilden Reisenden zurück in ihr genügendes blauen Land. Insgesamt war 1420 ein hervorragendes Jahr im Armland. Es gab nicht nur wunderschönen Sonnenschein und köstlichen Regen, sondern auch einen Glanz von Schönheit, der diesen Sommer zu einem ganz besonderen Sommer machte. Die Ernte war so gut, dass das Bier noch so lange in Erinnerung blieb. Und tatsächlich konnte man Generationen später noch alte Freunde ausrufen hören, nachdem sie ihren Tod mit einem zufriedenen Seufzer abgestimmt hatten. Das war ein Jahr 1420 hier. Die Ernte waren damals in der decelation wurde vom Musik 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 Es feierten die Zerstörung des Ringes und den Anfang des Friedens in Geschichten und Lieder. Aber selbst sagte sie vor Frodo, eines Nachts fand er nie, weil sie ein Laken, während seine Augen scheinbar in der Ferne suchten. Was ist, Herr Frodo? Ich bin verletzt und es wird nie wirklich leiden. Es war Abend und die Sterne standen wunderbar am Westen in die Höhe, als Sam und Frodo an einer alten Eiche vorbeilingen und zwischen den Hasen streuchenden Berg hinabstieg. Sam schlief in Gedanken für so ein Press, dass er hörte, dass Frodo begonnen hatte zu singen und dass sein Gesang von Reisen geantwortet wurde. Garnabend, Mehlabend und die Elf. Vergiss mir die Erfahrung in der grauen Hafensee. Aber ich dachte, du würdest nicht nahe im Auenland genießen. Ich bin zu schwer verletzt. Ich habe versucht, das Auenland zu retten und es ist gerettet, aber nicht für mich. Doch was ist das so sehr? Das ist so. Kind, von der Sie geantwortet. Von Bayern will M??? Von der Sie geantwortet werden kann. Untertitelung. BR 2018 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 Sehr beobachtete, wie die heißen Schiffe aus dem Hafen siegten. Es war ein bisschen graue Tode und doch flossen seine Tränen der Regen. Die Nacht wurde dunkler und während ihr auf das graue Mir schaute, sah er noch einen Schatten auf dem Wasser, der im Westen verschwand. Dort stand er noch lange in dieser Nacht, während nur Seufzer und Marsch in der Wählerkufe vom Mittelherde zu hören waren. Ein Klang, der tief in seinem Herz versang. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Applaus